So, jetzt fahren wir hinein nach Palermo. So schaut es aus, wenn man von Montreal von oben kommt. Gewaltige Stadt. Und von oben sieht man halt auch schön, wie diese Stadt ausschaut, wie sie aufgebaut ist. Und wir waren ja schon mal da und schauen, dass wir jetzt wieder an die Basilika hinkommen.